Und damit herzlich willkommen auf meinem Rosting-Kanal. Ja, auf Freude der Nacht, immer wieder Zeit für ein bisschen Five Nights at Freddy's Fangame. Heute kommen wir zusammen Oh und auf. Ich denke mal, das heißt One Nights at Freddy's Own Story. Was haben wir uns uns erwartet? Wir starten einfach mal. Survive until 6 o'clock. 6 o'clock in the morning. Still we cannot sleep. Press F, press G. Press M. Oho. Ich hab keine Handrechte machen sollen. Ich schüttel. Oh oh. Oh, das sind die Geräusche. Oh, das ist laut. Uh, uh, uh. Ich hab eben schon schief. Oh, das ist laut. Oh, das ist gravierabel. Oh, das ist herstellbar. Oh, du hast es gott. Oh, du hast es ge Auntie-Kanal. Oh, du hast es gebraucht. Sag mal. Ich wird einfach mal versuchen. das ist ja wohl mal abgedreht das ist sehr sehr ja hey und wer kann die Maske aufziehen Juhu Pollerer Juhu Pollerer Juhu Pollerer Das ist ja sicher Ich kann hier, ich kann hier gar nicht ich kann hier überbote da ist jemand zum Oh nooo Oh 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 Wir bleiben gleich das Juhu Pollerer Juhu Achtung 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 juhu Die juhu je Juhu Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Wo kommt der jetzt her? Du dummes Luder. Ruhe. Wenn ich F drücke, dann Platz für das Trommelfeld. Nein, nein. Ich warte hier lieber, bis jemand kommt. Oh. What? Wieso? Verstehe ich nicht. Ich probiere es nochmal. Einmal noch. Nur für euch. Aber dann ist Ende Gelände. Ich sehe hier aber auch gar nichts. Ich liebe diese Stille. 1 Uhr. Ich sage es euch, weil meine Facecam ist genau rechts oben, wo die Zeit ist. Oh, Kinder. Jetzt werden wir noch eins. 1 Uhr. 1 Uhr. 2 Uhr. 2 Uhr. 2 Uhr. Oh. Falsche Taste. 1 Uhr. 2 Uhr. 2 Uhr. 2 Uhr. 2 Uhr. Ich verstehe es nicht. 3 Uhr. 3 Uhr. 3 Uhr. 3 Uhr. 4 Uhr. 4 Uhr. 4 Uhr. Freddy. What the fuck do you think you're doing, dude? This is like the third time this week, dude. Go back to the stage. Suck my damn. Don't act like I can't see. I will come out there if I fucking have to. Oh, shit! Don't you fucking make me come out there. Come out there. Kiss my ass! We do not use that language of Freddy Fazbear's Pizza. What? Ha 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 ha. Oh damn. Ja, Leute. Ich würde sagen. Das war's. War's wirklich nicht so, der Burner. Ich weiß nicht warum jetzt da. so oft gestorben bin ich habe keine ahnung es sei es sei mir verziehen dass das display abbreche weil wenn ihr einen tipp habt wie ich übernehmen kann schreibt mir gerne in die kommentare das war one night at freddy's old story ich bin dafür zu sehen welter meinung gesagt ich habe es trotzdem ein bisschen gut gemacht könnt ihr mir gerne daumen nach oben ich freue mich natürlich und ich werde mich freuen wenn er wieder einschalten wird auf meinem rostigland bis zum nächsten mal euer rostige ciao nein ich will nachhause check out this amazing animator channel